Entdecken Sie mit dem brandneuen Solos die fortschrittliche, präzise und sekundenschnelle Brillenglasanalyse. Erhalten Sie die Analyse einer Brillenkorrektion, egal ob Vollrand- oder Randlosbrille, schnell und einfach mit Topcons neuem One-Touch-Glasanalysator Solos. Das vollautomatische Analysegerät positioniert Brillengläser oder ungeschliffene Gläser exakt zum Strahlengang, erfasst alle Parameter zum Scheitelbrechwert sowie des Brillenglastyps und Misstönungs- und Transmissionsgrad des Brillenglases in einem Durchgang für beide Seiten. Solos verfügt über eine automatische Erkennung des Brillenglastyps für Einstärken, Gleitsicht und andere multifokale Brillengläser. Ergebnisse werden sofort angezeigt und können direkt an Ihr EMR-System oder kabellos an Ihren Kronos oder CV5000S gesendet werden, um Datenübertragungsfehler zu vermeiden und die Messroutine zu optimieren. Mit der One-Touch-Bedienung von Solos erhalten Sie umfassende Brillenglasmessungen und können Ihre Messroutine einfacher und effizienter gestalten. Sind Sie bereit für die fortschrittliche, präzise und sekundenschnelle Brillenglasanalyse? Vereinbaren Sie noch heute einen Vorführtermin für das neue Solos von Topcon.